willkommen zu einer geschmeidigen Runde TFT mit einem Kion Grauwut ja wir haben drei Deponia Spatulas Trinkenskirchen also wir greenen jetzt hier rein für 7 wir brauchen jetzt keine Siri und kein Firi und ja kein nix weiß noch nicht wie ich das hier setze so ja passt die Full Power AD Carry reingeht hier abspielen gegen unseren Array gegen unsere Hard-Counter ja dieses Siri da die macht einfach Work in Paradise die macht einfach Damage aber wir haben ihn wir haben ihn gekriegt obwohl wir kein außer den Spatula nix für Jammer haben ja ok nein 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 ja ok was hat er denn hier ach der hat ihn einfach nur das gegeben ok und das um 75% ihres Lebens gut let's the way to go wahrscheinlich wenn wir mal so spielen wir eine mit zwei Spatulas dann geht das da hin und dann haben wir das ja dann gucken wir mal wie weit wir noch gucken werden wir brauchen ein Schwert und das weiß ich noch nicht was wir daraus machen das werden wir glaube ich gewinnen diesmal gegen ihn ja also Tank hält das halt ne aber nichts gehielt aber dafür viel getankt und geblockt äh die Zyra grüße gern raus so heißt auch noch Freundin von mir die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe aber das ist wohl so ihr kennt das ja Frauen und so also im Prinzip sind alle Figuren die wir auf dem Verhältnis haben Charmeure das ist auch so wir brauchen halt nur eine Ari und die Ari müssen wir dann mit items vollstopfen oder so wer ist er? Ah Noxy Bup Noxy ja da geht auch mal Finder Power aber mit hier dem Ludens machen wir dem halt so ein bisschen Feuer in der Höhle hat zwar ein mehr aber jetzt ist es halt raus wäre es sogar zwei mehr das war alles und so ok ok da haben wir sie auf drei das heißt er macht jetzt fast 1500 Schaden ja läuft und wer ist er? der Wal ne? ja ja der Wal der ist der ist kinda weird das ist der ja hier mit der ähm Ciri Captain Hudson Platz hier naja gut dann haben wir das jetzt weggeslappt geht natürlich auch so rum ne und das ist auch ne Gangster Gang so mal was cooles ja das ist interessant nennen wir das hier für sie ja Lachsnacken ja da hat es dann Yordle Lord da hinten ohne Items mit Hacksölzeln ja ne ja das auch im 5er das ist ja schon krass hier ne ok da ist er jetzt gestunnt blup da hat ihn das geplappt und da sieht es jetzt auch raus aber wir skalieren halt mit lebenslanges Lernen ne das ist halt unser Ding ich mein hier unsere Zyra ist schon fett ne naja naja jetzt haben wir das auch 1400 1400 1400 naja naja mal gucken naja jetzt haben wir natürlich nicht umgestellt schade aber der hat da auch hier was ist das hat das Mastermind ne ja ja naja da kriegt es schon mal ein und der wird jetzt noch da hinten geworfen wirf komm bitte wirf ja man jetzt wirf den nächsten einfach da rein oh oh close oh close was hat er jetzt Tank item er hat in letzter Runde am meisten Damage gemacht Ari ja man weiß ja was abgeht ja 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 das Angst alles ja ja fing ho ja ja und da haben wir ihn geflinkt dreht er um und da ist die serie einfach verschwunden der position in diesem spiel ist einfach auch einfach crap naja das war es von mir wieder eine geschmackige runde deponia mit sieben auf drei spatula krank oder reinigungs bleibt gesund und und